Unterwegs! Ultra-1, hier Kommando. Du näherst dich jetzt dem Ziel. Benutze Geigerzähler und durchsuche das Gebiet. 6,5 Stunden später. Willkommen in der DMZ. Erkundet, erbeutet und sichert Daten für Zugang zu neuen Missionen. Feindbedrohung ist hoch. Rechnet mit Kontakten. Feuer, einschneiden! Kugel. Kugelnabend, Kugelnabend. Halt! Schuss. Kugelnabend, der liegt am Endgefahr. im Einsatzgebiet. U2-1, Vorsicht, wir sehen ein Operator. Alle Ultras, wir verfolgen ein schwer gepanptes Team mit einem Waffenkoffer. Position markiert. Wir raten Sie zum Zugriff, aber hier entscheidend. U2-1, Achtung, ein Operator schon befindet sich nahe deiner Position. U2-1, dein Trupp ist verstreut. Zusammenbleiben hilft beim Überleben. U2-1, Achtung, die Gefahrenstufe im Einsatzgebiet ist hoch. Mit Kontakt rechnen. U2-1, wir haben ein feindliches Versteck auf der Taktikkarte markiert. Sichert den Inhalt. Kein Sichtkontakt zum Ziel. U2-1, Achtung, ihr nähert euch dem Ziel. U2, Achtung, die Gefahrenstufe untertitelt. U2, Achtung, die Gefahrenstufe im Einsatzgebiet sind hoch. Unter 1, ein Truppmitglied ist am Boden. Ihr werdet getroffen. Einer seiner Teamkameraden tritt einem neuen Trupp bei. Hier ist ein Panzerungsbeutel. Einsichtskontakt! Er schießt sie! Wenn du an den Boden fällst, fällst mal in sie! Er schießt sie! Der Druck liegt jetzt am Boden. Ihr werdet getroffen. Er hat Deckung! Scheiße! Volt 1, der Bombenbauer ist ausgeschaltet. Gute Arbeit. Durchsuche das Gebiet nach einem sicheren Behälter und bring ihn zur Extraktion. In Kiffreira, das ist der Grund im Titelsberg. Das ist eine Wege gemacht.